Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Aus einem Euro wird ein Cent. Ein Euro sind ja 100 Cent. 100 Cent kann ich schreiben als 10 Cent mal 10 Cent, denn 10 mal 10 ergibt ja 100. 10 Cent sind ja auch 0,1 Euro. Also hier auch nochmal 0,1 Euro. 0,1 mal 0,1 sind 0,01 und die Euro übernehmen. 0,01 Euro sind ja 1 Cent. Also aus einem Euro wurden 1 Cent. Klicke kurz auf Pause, überlege wie es sein kann, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Beginnen wir mit dem 1 Euro. 1 Euro sind 100 Cent, das stimmt noch. Jetzt hier ist der Fehler. 1 mal Cent ist zu viel, denn Cent mal Cent wäre dann Cent zum Quadrat. Also wir rechnen hier nur noch 10 mal 10 Cent. Die 10 Cent darf ich jetzt umschreiben in 0,1 Euro. Also 10 mal 0,1 Euro und das ergibt eben einen ganzen Euro. Übrigens wurde hier nochmal der gleiche Fehler gemacht. Euro mal Euro wäre normal Euro hoch 2. Schreib mal in die Kommentare, ob du den oder die Fehler gefunden hast. Teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.